Chemnitz, eine Stadt im Südwesten Sachsens am Rande des Erzgebirges. Zu den wohl bekanntesten Wahrzeichen gehört der Nischel oder auch Schädel. Er gab von 1953 bis 1990 der Stadt seinen Namen, Karl-Marx-Stadt. Seit 1971 schmückte das monumentale Denkmal die einstige sozialistische Musterstadt. Bereits seit 1852 hat Chemnitz einen Eisenbahnanschluss. Der Bahnhof ist in den Jahren danach ständig erweitert worden. 1976 wird die neue große zweischiffige Haupthalle fertiggestellt. Sie überspannt mehr als 25.000 Quadratmeter Gleisanlagen und Bahnsteige. Der Kopf- und Durchgangsbahnhof ist heute nur noch eine Regionalstation. Hochwertige Züge gibt es nicht mehr. Auch größere Entfernungen wie nach Hof, Dresden, Leipzig oder nach Zwickau werden mit RE- oder RB-Linien bedient. Im 60-Minuten-Takt fährt die RB30 zwischen Dresden und Zwickau. Seit 2002 sind die Regio-Shuttle der Citybahn im Einsatz. Unterwegs auf den Strecken nach Burgstädt, Hainichen sowie zwischen Stolberg und St. Egedin. Ein Zug aus Burgstädt ist eingetroffen. Wenig später ist der Regio-Shuttle wieder auf dem Weg. Daneben der Triebwagen nach Hainichen. Ebenfalls von der Citybahn betrieben wird die Strecke nach Stolberg. Hier fährt die Vario-Bahn. Seit 2013 sogar bis in den Hauptbahnhof hinein. Die ehemaligen Kopfgleise 1 bis 4 sind jetzt Durchgangsgleise für die Straßenbahn. Die Gleise 3 und 4 sind für die Zukunft vorgesehen. Neue Bahnen sollen dann auf DB-Gleisen bis nach Burgstädt, Mittweider und Hainichen fahren. Die Vario-Bahn ist auf dem Weg nach Stolberg. In der Gegenrichtung rollt ein Zug der Tramlinie 4 nach Hutholz. Sechs Straßenbahn und 27 Buslinien erschließen Chemnitz und das Umland. Die Innenstadt wird von allen sechs Straßenbahnlinien befahren. Bis auf die 522 ist dafür die Chemnitzer Verkehrs-AG zuständig.